herzlich willkommen zu einer weiteren runde hardcore team das match bei call of duty modern warfare remastered und das auf der map crash so da muss ich mir jetzt hart überlegen mit welcher waffe gehe ich dann jetzt mal am start da präfisiere ich ja eigentlich sniper oder montan die rpd und ich glaube die wird es auch werden wir werden in ein spiel reingesackt so interesting gewinnen wir verlieren wir eigentlich bin ich ganz froh dass wir hier spawnen weil wir da auch erst mal schüren gleich sterben okay alles klar gut so ein bisschen vorsichtig da spawnen einer eigentlich gefällt mir das botte jetzt nicht so richtig vielleicht kann ich ja welche weg snacken die jetzt gerade links von mir spawnen aber da scheint es nicht richtig viel zu geben schön in den arsch geschossen so da liegt auch schon mal ein kunden kunde so meine etwas andere taktik jetzt tut sich gar nichts mehr oder was ist hier los so taktisches warten ist wieder angesagt freunde aber auf was es fällt ja nicht mal ein schuss ist denn da oben keiner da ist keiner wir snicken uns hier mal an okay hier ist keiner dann ja super dann würde ich sagen knallen wir doch hier mal eine schöne clay hin so als kleiner willkommen wenn dann uns jemand besuchen kommt und steht auch eine das heißt naja wir schauen mal so da sehen wir erstmal wieder nix nur einen von unseren dudes da tut sich auch nicht so richtig viel oder ist eine runtergefallen das ist natürlich ärgerlich weil das muss ich auch noch machen ich das gibt ja haha durchdringung es gibt ja so eine challenge dass man irgendwie aus gewisser höhe halt feilen muss es muss ja nicht auch abbringen das bietet sich natürlich hier bei crash natürlich total an wenn man da an diesem mittleren gebäude ist und darunter fällt viel höher ist glaube ich auch gar keine möglichkeit oder vielleicht bei pipeline noch wenn man in diesem haus 1 ist wir sehen erstmal niemanden aber da ist der von dort kommt da habe ich doch richtig dieses siehst du das auto wollte ich das explodiert und da noch irgendjemand mitreise ausweiten klappen da so kann ich den dann eben nicht treffen jetzt habe ich nur rauch kann da bist du komm hoch okay den platz hier noch mal vielleicht haben wir glück und kriegen heli das wäre natürlich nett okay da war doch vor kurz sagen da treffen wir wieder nichts alter guckte das mal das ist ja ist ja ein traum erstmal nachladen wir müssen wir kurz warten ich kann ja noch nicht töten ich muss mal im ersten nachladen so jetzt dürfte er wieder kommen da 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 ne doch nicht so einfach mal auch wir haben den siegfass erreicht das ist ja toll got you das mal einer ab dich was um die ecke geschossen so leute jetzt haben wir erstmal den heli was helikopter von onelli ich bin noch nicht onelli ist es wieder nicht mein heli okay wir laufen mal hier oben auf vielleicht bringen ist ja in dieser folge springe ich darunter kommt ein bisschen davon kommt ein bisschen darauf an so da ist auch schon mal auf meinem sport ist kann ich danke für das positionieren okay wir machen wir schon mal der nice street und ich habe noch nie mal mein helikopter ins spiel gebracht auf jeden fall eine gute runde würde ich mal sagen so okay blöd ist wenn ich darunter gucke da sind natürlich auch so viele sniper die einen da weg schießen das heißt hier ist man noch so halbwegs in einem toten winkel jetzt kommt er nicht verfügbar die scheiße helikopter jetzt wenn man die helikopter noch mal nur luft sehen na endlich so hoffentlich wird er nicht gleich jetzt habe ich so drauf gewartet pass auf der wird bestimmt gleich abgeschossen er wird bestimmt gleich abgeschossen oder er macht keine kills die ganze zeit in der luft aber macht keine kills schießen so noch nicht einige warum habe ich denn immer das pech komm schon jetzt meh doch mal das war ja ein lucky shot was alter mein helikopter hat noch nicht einen einzigen verdammten kill gebracht nicht einen einzigen kill macht mein helikopter was ist da los da ist einer waren erschossen alter das kann man nicht angehen wenn ich sag mal den kopf dann mal ein kill gemacht super ich habe mir die kopter angefordert und er hat exakt einen einzigen kill gemacht da müssen wir halt auf die herkömmliche weise unsere kills machen wenn man sich alles selber macht ok jetzt das spiel zu ende super jetzt wollte ich gerade loslegen und hier rocken aber egal wir haben gewonnen hoffentlich war es für euch ein bisschen interessant dann sage ich vielen dank mal zuschauen und bis zum nächsten mal macht's gut freunde tschau und bis zum nächsten mal